Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Code LüppixHD. Abonniert, liked, kommentiert das Video. Vielen Dank für euren Support in letzter Zeit. Heute spielen wir mal Arena, offene Liga, Division 1. Wenn ihr Ehrenmänner seid, tragt den Supporter-Creator-Code LüppixHD ein und klickt auf Annehmen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir aber mit Arena durchstarten, spiele ich mal kurz kreativ. Gönnt euch den Flex. Ja, ja, ja. Buh, hab ich euch aufgeweckt? Ich bin warm, lasst jetzt Arena spielen. Es lädt, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will mich passen, ich will das auf den Läge-Milien. So Leute, let's go, erste Runde. Wir landen hier in Sweaty Sands. Mal sehen, wie wir den ersten schon bekommen können mit deiner Waffe. Hier liegt auf jeden Fall eine Pistole. Mein Aim ist zum Kotzen. L2, 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 L2. Irre genommen. Kiste, Kiste, Kiste. Geil, grüne AR. Jetzt bin ich bereit, die Bots zu ficken. Ach ja, in Arena gibt es ja keine Bots. Lass mal Granaten da runterhauen. Ich hoffe, dieser Typ da unten verreckt. Ne, Leute, ich habe eine bessere Idee. Ich warte einfach, bis er raufkommt. Hallo, da. Easy. Ah ja, da ist noch einer. Hey, nicht abhauen. Und das ist ein Face-Member. So, der nächste Kollege befindet sich hier unter der Brücke. Du kleiner, kleiner Guck. So, Leute, den holen wir uns jetzt. Ja, haben wir. Na, nicht der nächste Spast. Oh, nicht der erste Spast. Das war safe, der Typ, der mich früher angeschossen hat. Dieser kleine B***er. Ja, hallo. Ich bin der coole Junge. Habe selbst geschrieben, meine Kopf, dieser Text. Was bei mir normal ist, wie eine Reflex. Meine halbe Leben im Baustür verbracht. Alles Geld genommen und in Heimat gebracht. Gebäude sanieren, Straßen reparieren. Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Aber ich liebe meine Arbeit. Mädchen, kannst du glauben. Also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen. So, ich würde sagen, wir haben ganz Sweaty-Sense gecleared. Ich muss Zone. Nope. Ich bin der Höchst. Easy, Leute. Zehnter Kill. Es leben noch 14, Leute. Lasst es gewinnen. So, Leute. Jetzt kommt Trick 17. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So viel später, wenn sie die Krone bekommen. So viel später, wenn sie eine Anion mit einem Verlaken bekommen. So viel später, wenn sie in vier Jahren haben, sie angehen. So viel mehr, wenn sie die Krone bekommt, dass sie den Weg nicht mehr machen möchten. So viel später, dass siebte Wälte nehmen und deshalb die Krone zu werden. So viel später, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr so sind, wäre sie nicht mehr so schnell. Ja Leute, das war's mit dem Video, abonniert den Kanal, liked das Video, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!